Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu den DuckTales, unseren absoluten Lieblingsenten. Und wie ihr seht, kann ich nur noch Käse holen oder so auf dem Mond. Okay, wir holen Käse auf dem Mond. Und das erste Mondwesen. Und so ein Typ. Die Musik ist... Oh, die Musik ist chill. Und die Musik ist dann eher weniger schön, aber... Komm, ich will da hoch. Okay. Und... Dankeschön. Komm, der Mond ist bestimmt reich mit Schätzen. Alles andere wäre unlogisch. Boah. Zeug aus den Wänden. Was ist das hier oben eigentlich? Ein Raumschiff oder was? Wow. Erforschen wir mal das. Wow, das Raumschiff ein bisschen. Okay, die Stacheln, die sehen nicht nur böse aus. Die sind es auch. So, weg mit dir. Da fähr ich fast schon wieder in den Stachel rein. Willkommen. Aha. Kann ich hier rüber? Im Stock geht das. Zack, zack. Wow, in einer kleinen Kiste ist es nur ein kleiner Diamant. Auch was Neues. So, gucken wir einfach mal. Gucken wir einfach mal, was es hier so gibt. Zack, alles weghauen. Hier gibt es wieder zwei Schatztronen. Korrigiere, hier gibt es drei Schatztronen. Ist hier oben noch was. Hm, komisch. Ah. Wieder nur, nur ein Kristall. So, die schau ich weg. Die schau ich auch weg. So, dann können wir weiter. Ähm, geh erstmal nach ganz oben, mal gucken. Geh jetzt noch weiter oben? Ja, okay. Aber hier gehe ich erstmal dann nach rechts. Weil, ist so. Ah, komm. Äh. Ähm, ich glaube, er hängt ein wenig. Hallo. Ja, okay, er hängt. Ähm, lassen wir das mal so. Gucken wir hier mal. Wieder so ein komischer, außerhörlicher. Oh, was ist das denn? Oh, Cooper Hopping, ohne Coopers. Und, äh. Und, äh. Und Schatztruhe. It's a hidden treasure. Schön, das hat man jetzt, äh, gebracht. Äh, irgendwie Geld bestimmt oder so, ne? Sagt, sagt, noch eine schöne Verarschung, was den lässt an so ein Kristall fallen, ne? Wow, ich hab schon 1,2 gesammelt, ey, ich wollte da jetzt, jetzt wollte ich auch mal links gucken. Gucken wir, dass es links so gibt. Du, 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 du. Oh, auch kleines Mädchen. Sehr, so, okay. Key in Zeit zu UFO. We can't go on with Earth. Oh, ich hätte es mal, da wird dann der Boss irgendwie, wow. Komm, würde ich jetzt mal raten, ja, danke. Die Dinger lassen auch immer so ein Heilteil fallen, ne? Aber ich hab's auch nötig, hab's so das Gefühl. Und hier ist... Kuchen? Kuchen ist auch gut. Nee, da hoch geht's nicht. Gucken, wenn ich die Dinger alle kaputt mache, vielleicht passiert da noch was. Na, natürlich nicht. Gut, da hinten war ich schon. Das heißt, ich gehe hier. Oh, komm. Ja, okay, ähm... So, leck mich. So, ähm... War ich hier schon hoch gegangen? Nein, ich glaube auch noch nicht. Na, ich werde hier mal gucken, was es hier so schön ist. Außer einem Mini-Cluster. Den werden wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Schließt das Modell, da gab es Duck. Da, Gubert, die Duck-Empf... Ja, sicher doch. Wow. Er bewegt sich. Das hab ich ja gar nicht gecheckt. Was macht er da? Wie nennt sich die Gymnastik? Ja, natürlich. Komm. Oh. Ey, leck mich doch, ehrlich. Ähm. Bums, bums. Wollt das ja jetzt eigentlich hier? Ja. Ah, leck mich jetzt einfach, ey. Ehrlich. Weh, hier kommt wieder einer. Nein, Gott sei Dank nicht. Hier kommt mal wieder so ein Tief. Ey, da geht's lang. Oder da geht's lang. Ey, nein, 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 nein. Schieß doch. Och komm, Onkel Dagobert. Würdest du mal deinen Stock etwas schneller schwingen, dann hätten wir hier gar kein großes Problem. Und wir fangen wieder ganz von vorne an. Und wahrscheinlich das Ding, was ich eben eingesammelt hab, hab ich jetzt auch nicht mehr, weil ist so... Würde ich jetzt mal so grob schätzen. So, aber... Dank unseres... Ey, leck mich, ehrlich. Dank unseres Losers werde ich jetzt hier hingehen können, irgendwie. Gucken, was hier so schönes ist. Das Ding sieht irgendwie böse aus. Okay. Aber überlebt es über... Das steht auch an der Fälle. Find, Gizmo, Dax, Remote Control. Then we can blast the wall. Toll. Das ist wahrscheinlich das Ding, was ich gefunden hab. Okay. Er ist durchgefallen. Hm. Wahrscheinlich das Ding, was ich da eben gefunden hab, oder so. Boah, Combo. So, ähm. Das heißt, wir müssen jetzt nach ganz oben, beziehungsweise ich will das Secret noch haben. Hallo? So, wo war denn das Secret? Weiß ich nicht mehr. Wo war denn das Secret nochmal? Ey, jetzt, 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 willst du mich verarschen, ne? Ey, hier war ich auch noch nicht. Weil hier ist nicht das Secret. Egal. Mir gibt's auch noch Sachen abzuräumen. Und dein Leben. Das, das kann nicht schlecht sein. Und ich bin so dämlich, ey. Ja, natürlich. Genau dann endet der. Bitte uns ratz. Ne? Weißt du Bescheid. Na, ey. Also das, das war jetzt richtig unfair. Das war jetzt richtig beschissen unfair. Es kommt ja gar nichts mehr hin. Hallo? Das Ding ist ja, ich bin ja gefallen und ich konnte mich gar nicht festhalten. Schöne Verarschung, ehrlich. Oh, danke schön. Mann, 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 Mann. Tolles Spiel, ehrlich. So, wo muss ich hin? Hier mal nicht. Dann hier. Irgendwie. Zah, am liebsten ohne. Ja, okay, so geht's auch. So können wir das auch machen. Oh ja, der fliegt uns runter. Ja, danke schön. So hätte ich das eben auch gerne gehabt. So, dann nehmen wir nämlich noch hier das Secret Matthew, das ist nichts Tolles. Oh, toll, ein Kristall ist ja nicht mehr. Noch ein Kristall, noch ein Kuchen. Okay. Naja, okay. Geht noch so. Dafür bin ich eben dann gestorben, ne? Na gut, dann gehen wir mal hier hoch. Gucken, was haben wir hier noch. Alles mal. Erkundschaften. Sag, du bist tot. Ob da nur, nur eine Schatzdrohung mit einem Schlüssel. It's the K to the UFO. Okay, dann war's eventuell gar nicht so blöd, dass ich hier lange gegangen bin. Okay. Okay. Vielen Dank.